Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo hier bei Lohnunternehmen Görries. Mein Name ist Falk124, mit dabei habe ich noch zwei andere Teammitglieder. Moin! Moin, mein Name ist Luca. Moin, mein Name ist Moritz. Also wir, unser Team Lohnunternehmen Görries, haben uns dazu entschieden, einen Namenwechsel vorzunehmen. Aus privaten Gründen möchten wir uns umbenennen in Lohnunternehmen Harter. Viele Leute kennen das Lohnunternehmen Harter aus der Vergangenheit. Wir hoffen trotz der Namensänderung, dass unsere treuen Fans weiterhin Zuschauer bleiben. Wir bedanken uns als Lohnunternehmen Görries für diese schöne Zeit und hoffen, dass diese Zeit auch so weitergeht. Das Lohnunternehmen Görries, äh, Harter, hofft, dass diese, dass diese, ähm, dass ihr dafür Verständnis habt. Und ja, falls noch weiterer Fragebedarf besteht, schreibt es unten in die Kommentare. Wir werden so weit beantworten, wie uns es passt, denn wir werden nicht jede Frage beantworten, denn, wie gesagt, es ist aus privaten Gründen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017